Ja hallo und einen herz Willkommen zurück zu Empyreion. Von nun wieder mal dabei ist der Smoker und der Sander. Servus. So, ähm, ja. Kannst Faktor weiterbelegt? Gut. Ja, ich baue gerade einen zweiten Geduld, du hast junger Padawan. Oh geil, sag mal bis heute. Ernten kann man auch. Kannst sowieso gerade nichts bauen, weil wir noch 10.000 Satiumbarren in der Werteschlange haben. Was? Satiumbarren. Ja, das habe ich verstanden. Warum saugst du dann was? Ich frage Wienescheißes Honig. Ah, ja, ja, ja. Der auch gut, der auch gut. So, äh, na gut, Eisen haben wir genug. Stadium haben wir jetzt genug. Magnesium haben wir jetzt auch genug, ne? Ja, vorerst. Ja, wir bräuchten ja noch eigentlich so die anderen Ressourcen. Zaskosiumbarn. Gesundheit. Brauchen wir. Dringendst. Ähm. Die Frage ist, wo gibt's das? Gibt's das hier auf dem Planeten auch? Keine Ahnung. Ich, also du, wenn sie jetzt die Korte öffnet, hast du ja hier die, äh, rechts, äh, Rohstoffe, ne? So, da hast du Eisen. Wobald? Das ist doch das, was wir nur gefunden haben bis jetzt. Nein, nein. Bist du sicher? Ja, weil es gleich am Anfang an, wo wir landet sind, auch schon da war. Und da stand 0 von 1, 0 von 2, die sind das. Also haben wir schon alles gefunden, was es hier auf dem Planeten gibt. Okay. Also müssen wir sozusagen auf andere Planeten, ich vermute mal, äh, das Zeug gibt's noch auf andere Planeten. Ja. Nur, jetzt kommt's mir noch drauf an, welcher Planeten? Ja, oder? Aber so, ich denke mal, wir sollten uns erstmal umsehen. Boah, wir kommen nicht so weit auf andere Planeten, nur brauchen wir erstmal einen Sprungantrip. Kann ich die O2-Station umsetzen? Und was brauchen wir dafür? Für einen Sprungantrip? Keine Ahnung. Ja, wirklich kannst du es umsetzen. Kann ich da nämlich was anderes hinsetzen? Ein Warpantrieb? Äh... Ja bitte, dann brauchen wir das dazu. Brauchen wir erstmal einen, ähm, ne? Ja... Wehrkraftgenerator... Wir brauchen einen Warpantrieb, wenn wir es noch nicht mal schaffen, die Base da hinten da platz zu machen. Warpantrieb, Treibstoff, dann Warpantrieb, also ich hab's erstmal schon mal erlernt. Müsste ich nur mal schauen. Ich überleg ja hier so ein Frachtschiff zu machen, was 46 Minuten und 5 Sekunden dauert. Was für ein Frachtschiff? Das SV Perf... Das SV Perf Tier 4. Mh... Wär mal alle Materialien, ne? Ja... Kleines Schiff... Moment... Tier 4, ne? Kann man denken, ne? SV Perfekt Tier 4, hm... Sieht ziemlich groß aus, also so könnte man denke ich mal ganz gut was am reißen damit. Mh... Ja... Können wir das dann mit nem Warpkern und so weiter ausstatten? Falls da nicht schon einer vorhanden ist? Ich glaub das kann man nur bei großen Schiffen. Also... Mit Warpkern. Meinst du? 2, ja. Müsste es da aber auch für kleine Schiffe geben. Warte mal, wo kann man's bei... Äh... Nicht dass ich wüsste. Ach mein, ich suche da ja ewig durch. Was haben wir eigentlich bei großen? Achso, Fluxspule. Ja, wo krieg ich denn die Fluxspule? Äh... Fluxspule, ja. Pflanzbild, Kunststoff, Rohmaterial, Neodym, Satium... Ja, ein großes könnten wir auch bauen. Fluxspule, Fluxspule... Fluxspule... Wo kriegt man nochmal Fluxspule? Ja... Ich könnte ein großes bauen, 53 Minuten. Das Tier 1. Da wäre auf jeden Fall Warpantrieb mit drinne. Wo sind denn die ganzen Eisenbarren hin? Hat die die Katz gefressen oder was? Die ganzen Eisenbarren? Ich kann welche holen. Wir haben unten einen Haufen. Dann schaff mal welche ran hier. Ja, mach ich doch schon. Bitter schon dabei. War das Eisen... Hä? Wo ist denn die Eisenbarren? Generell sind die ganzen Barren weg. Hä? Wo sind denn... Ihr wart da noch? Ihr wart noch ein Huckefall drinnen. Steakweise. Silizium bräuchst du mal wo? Hier ist Magnesiumpulver... Tonnenweise. Kann ich ja mitnehmen. Nein. Aber... Äh... Wir waren da noch gerade noch... Ein Haufen Eisen. Wo ist das ganze Eisen hin? Äh... Wo... Ich... Ich glaube ich weiß wo es ist. Das ist alles noch in Eisen... In... In... ... Nee, 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 nee. Ich hab da sohn, soviel macht hier unten. hier ist das ganze eisen in den anderen trennen wir hatten das reingeschmissen also hier drin ist es zander weil sie eisen braucht ja ich habe es nicht reingepackt da war es bestimmt das roger auch wer das schiff das ist doch schöne scheiße beziehungsweise da wollte ich jetzt keine änderung dran vornehmen wieso was hast du vor raketenwerfer dran bauen und zwar sehr 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 viele ich meinte jetzt ein smoker aber seizium ach du scheiße dann dauert das jahr habe ich jetzt 8,3 kugel ach so ist ja nur ok hier drin habe ich nicht da ich muss ja noch soll ich mitkommen kannst du wer hast du überhaupt hin da du fährst du zurück ja ich muss dich einsammeln habt ihr jetzt den gleicher genommen oder was ja was anderes bleibt uns so eine übung ich dachte du bist schon drinnen nein ich bin fast ich bin nur drübersprung ja warte 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 ich sitze ich werde runter ich habe es noch heute ja irgendwann ja oh ich sitze oh wow hat nur ein bisschen gedauert wahnsinn muss irgendwo da hinten sein das silizium ich kann ja mal auf der karte gucken silizium brauche ich auch ja einfach gerade aus jetzt also so ein ja also um die park so ein bisschen drumherum mal gucken wie wir da rüber kommen dann müsste vor dir müsste da noch ein berg kommen drei silizium herz haben wir ne wir sind ja schon drüber ok also gerade aus müsste man eigentlich jetzt schon angezeigt oh guck mal guck mal da ist es ja ich sehe es wollen wir uns die holen was die alte tiere nun wir wollen auch töten plündern zurück da kann ich ja meine mini kann ausprobieren zum beispiel da ist auch wohl ein raptor passiv töten plündern zurück oder einfach nicht ja greift doch sein wäre ein schwerer fehler oh wow da kommen wir ja schnell mit dem fleisch nochmal zurück in der base und da konserven machen und smoker belegt cool cool wo gut konserven bauen warst du schon bei den großen ja also vielleicht noch schnell zurück die kann diese einmal frei bevor das fleisch vergammelt sitzt ich bin nur drüber gesprungen sitzt jetzt nein 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 warte warte jetzt ist er hat sich doch schon gelohnt ich setze mich schon mal hin war bei mir daraus ja mal ein bisschen bis auch drüber nicht richtig guck mal noch oder ich gucke ein bisschen nach rechts glaube du müsstest dann so drumherum fliegen ja machen wir erst noch ein diener in grad nicht auszusteigen bis die mini kann man auf der 1 stellen war ich die da war noch ein raptor da hinten wie war das noch lade nach ja dann auch ok jetzt kommen hoch hier jetzt er muss ein bisschen höher das war noch ein raptor das ist noch ein diener das ist ein grünes komisches ding was was bitte oh kacke was denn nun wir sollten uns vielleicht abgewöhnen beim raptor nicht den strom auszuschalten wenn wir ihn landen warum bei uns die gesamten lebensmittel im kühlschrank verdorben sind wunderbar eine menge drin ja ich habe jetzt 39 verdorbene lebensmittel schöne scheiße ja tolles pro klasse aufschnitt wer hat denn den überhaupt ausgeschalten der der ihn zuletzt geflogen hat das war nicht ich aber jetzt haben wir 44 verdorbene lebensmittel wenigstens ja ging schnell das eine oh einer hatte drei fleisch drinne gehabt ich habe viere zucker schau doch nicht ab ich wollte mich ja gerade hinsetzen da hast du einen ruck ja boah ich dachte das wäre ein feind oder oh meine güte cool smoker was denn du müsstest dich anders umdrehen wär besser hei 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 houston we have a problem er bräuchte das ding noch ein paar triebwerke bist du jetzt ach du bist ausgestiegen ich bin ausgestiegen ja dann baue mich mal frei soll die freibauung ja ich komme so oft nicht aus nein da brauche ich ihn doch muss man laufen jetzt nö jetzt danke da hast du keine eigenen ich würde es nicht umdrehen ich habe es erst mal ausgemacht ok müssen laufen von smoker belegt hau schnell rein wirst du kippen das nicht also von smoker belegt jetzt jetzt hat er jetzt dauert so ist drin 8 tomaten 8 konserven haben wir noch immer tomaten da wo sei denn das mal so vielleicht sind jetzt welche nach und erwachsen hier in den ding haben wir also eins ist klar wir haben hier hier von verdorben das leben ist es ist ja wahnsinnig also eins ist klar mit dem luftangriff ist das eine ganz gute idee wieso naja ich habe gerade ein paar raketen auf die andere base da abgefeuert und die ich weiß nicht ob ich gut getroffen habe aber die haben mich auf jeden fall nicht getroffen ist sie jetzt weg weiß ich nicht also sie haben noch zurück geschossen aber getroffen haben sie nicht das ist schon mal auf jeden fall schon mal ein pluspunkt das ist auf jeden fall eine sehr große base das dauert mir ja nicht auch die teilstücke haben wir jetzt eigentlich hier dingens kirchen was meinst du die litium wollten wir holen aber wir müssen jetzt zu fuß gehen ja tante ja kannst du mal versuchen das eine raumstift wieder auf dem boden zu bekommen also richtig auf dem boden nö war ich nicht mache ich nicht ich habe das ding zweimal umgeschmissen und wieder hingedreht äh wieso müssen wir jetzt eigentlich auf der fallzeit haben die dosen 350 das heißt die halten am längsten das ist die hat sich irgendwie die zeit nicht verändert so gut wenn es vielleicht vielleicht geht es ja nicht weiter haben wir noch eine munition drin hier oh was brauchen eigentlich um die dk0 für munition äh die braucht 30 mm kugeln 30 mm ja kaliber 50 und der raketen da verbraucht 150 mm z-rat ba ja davon ist ja noch was drinnen so hab alles reingetont äh ja laufen wir los wie soll laufen du brauchst den schifter hast du dir gesagt äh ja weil ich da mit dir die bombardierung ausprobieren wollte hab ich ausprobiert jetzt kann ich jetzt können wir zeugs holen nun wieso 저기 ich sitze ich sitze wieder am fenster doch schnell bevor der kommt in die chance äh ach das war mein Mann man der sitzt doch hat die hat die zugemacht die war auch auf einmal zu Die hatte ich ja zugemacht. Ah, ok. Fatz mich. Ja, ja. Kann mal einer von euch den Navigator geben? Hä? Einfach geradeaus. Noch ein Stück rechts, glaube ich. Ja, noch ein Stück rechts. Ja, passt. Gleich müsstest du es eigentlich sehen. Gleich. Da ist es. Okay. Oh, ich habe hier unten Geräusche gehört. Die müssen irgendwo noch Fischer sein. Ja, guck mal vor uns. Oh, die geben Milch, das ist gut. Und ein Raptor. Warte mal eben. Okay. Oh, ey. Minus ein Raptor. Weck da. Okay, hier kümmert euch ums Fleiß. Und ich ums Ernst. Kriege ich den kleinen da nicht. Geht auch. Hasten? Ja, ich habe. Cool. Die zwei großen und den kleinen hier unten habe ich. Wo bist du? Na, ich versuche hier oben den anzukommen. Musst du den Jetpack nutzen? Was denkst du an die Kalamara? Keine Ahnung. Unsinn? Ich hab's. Ich hab's. Wir können ja das Fleiß jetzt erstmal in den Kühlschrank hier hauen. Ja. Wenn wir wieder in der Base sinken, werden wir wieder Tomaten fertig sein. Ich vergesse, einen Zündschlüssel stecken lassen. Die andere lasst du jetzt auch schon, ja? Oh, hier guck mal, da ist noch so ein... ein Tod, okay. Ich brauche bald Muni, ich habe nur noch einen 81 Schuss. Was? Äh, was für Harmonie? Na, für das Sturmgewehr. Für den Minigun habe ich ja nichts. Die Minigun habe ich auch nicht sehr viel, weil sie die ganze Zeit belegt war. Äh, warte mal. Wir haben jetzt sogar einen zweiten Konstruktor. Wie viele soll ich noch bauen? Noch 20? Was war da für einen? Gucken nochmal. Bitte. Äh, Sturmgewehr. 5,8 Millimeter, ne? Ja. Ja. Wir können nochmal teilen. Ach, hier. Äh, hier. Okay. Bei den Minigun habe ich auch nicht mehr so viel. Ist aber schon ein reißen Auftrag. Wo war in der Kühlschrank? Ach, hier vorne. Da waren sogar zwei. Kann's MOGA LP belegt? Dann geh an den anderen, da sind da zwei. Bin ich... Das habe ich auch getan. So. Ähm. Okay. Äh, jetzt zuerst oben rum abbauen, sonst kommen wir oben nicht mehr dran. Oh, du bist jetzt immer hingehauen. Es wird los! Ich bin schon lange dran, ich habe hier schon einen riesen Krater gebohrt. Ja, wir mussten ja erstmal ein bisschen was zu essen holen, oder? Ist ja auch wichtig. Also, wir wollen mal hoffen, dass dann wieder die Tomaten gewachsen sind. Was? Ja. Überlänge? Ah. Nö, das macht so viel Spaß, das Spiel. Ja, dann, dann, dann... Ja, morgen geht's ja weiter. Also Leute, wenn's euch... Wenn's euch gefallen hat, dann macht doch einen Like oder schreibt doch Kommentare. Oder abonniert uns, wenn ihr's nicht schon gemacht habt. Wird uns freuen. Das war's nochmal Leute. Bis dann dann. Ciao. Tschüss. 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 Und diese Ausreden.